Es ist mega heiß. Es ist der heißeste Tag hier. Zu heiß. Zu heiß. So heiß. Und die Tanzen. Diese Motivation. Ich sterbe hier. Wirklich. Guten Morgen. Heute sind wir in der Nähe von Limassol. Ein bisschen davor. Mir fällt gerade nicht der Name der Stadt ein. Aber zumindest ist das so eine Ausgrabungsstätte hier. Was früher mal in der Geschichte sehr wichtig war. Und da sind wir gerade hingefahren. Und sehen uns heute das Ganze mal an. Es ist mega heiß. Es ist wirklich bis jetzt der heißeste Tag hier. Und ja. Es wird sehr sehr heiß. Es wird wahrscheinlich recht cool. Und ich freue mich schon. Zu heiß. Zu heiß. Also wenn es im Juli noch heißer wird, was es wird, sollte ich wirklich im Juni vielleicht 7 mal verlassen. Ah. Es ist so warm. Aber zumindest die Aussicht hier ist wirklich super. Wenn es nicht so heiß wäre, wäre das wirklich der perfekte Ort. Okay. Perfekte Ort. Die Blue Lagoon war schon schöner. Aber das hier ist auf jeden Fall richtig richtig cool. Und jetzt geht es ab zum Kolosseum. Oder zur Bühne oder was auch immer. Okay. Ich habe es mir größer vorgestellt. Auf den Fotos hat es größer ausgeschaut. Meistens. So heiß. Und die tanzen. Diese Motivation. Ich sterbe hier. Wirklich. Ich sterbe hier. Es ist so extrem heiß. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen weiter weggegangen. Vor allem um mit der Drohne zu fliegen. Weil hier ist ein cooler Fels. Und ja. Aber ich mache gerade kurz eine Pause. Also ich bin da gerade so 10 Minuten hergegangen. Und es ist einfach so warm. Deswegen warte ich jetzt mal ganz kurz. Genieße die Aussicht. Kühle mich ein bisschen ab. Und dann starte ich wahrscheinlich die Drohne. Um den Felsen auf der anderen Seite zu fliegen. Also es sieht ja jetzt nicht cool aus hier. Aber. Ja. Leider. Sehr, 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 sehr heiß. Aber es ist auch cool. Was ich muss sagen. Was ich muss sagen. Was ich muss sagen. Was ich muss sagen. Ich muss sagen. Der Salze. In Tomagusta. Okay. Nein. Nicht Tomagusta. Sondern irgendwo anders. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein cooler Salze mit Vita Mingos. Ich habe versucht sie aufzunehmen. Aber leider reicht die Bremwerte auch nicht dafür. Die sind halt so weit weg. Irgendwo da hinten. Aber die Aussicht hier ist gut. Dieser flache Style ist ziemlich cool. Gefällt mir. Also das hier ist der Fest Aphrodite. Wunderschön, wirklich. Ich hätte gar noch eine bessere Aufnahme. Also wirklich traumhaft. Es ist ein bisschen neblig, aber das passt irgendwie so richtig zur Stimmung. Das gibt dem Ganzen so eine mystische Stimmung. Es ist wirklich wunderschön hier. Wunderschön. Traumhaft.